Daniel Günther gratuliert Holstein Kiel zum Aufstieg. Eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte. Holstein Kiel feiert den Aufstieg, Daniel Günther gratuliert. In der sportlichen Arena von Deutschland feierten nicht nur die Fußballfans, sondern das ganze Land als Holstein Kiel. Eine erfolgreiche Fußballmannschaft aus Northern Germany ihren Aufstieg zelebrierte. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat dem Fußballverein zu diesem bemerkenswerten Erfolg gratuliert. Holstein Kiel ist ein Klub, der seit mehr als 120 Jahren besteht und in der Vergangenheit mehrere Herausforderungen meistern konnte. Dieser Triumph ist also ein historischer Moment, der die harte Arbeit, das Engagement und die Ausdauer der Mannschaft, des Trainerteams und der unterstützenden Fans würdigt. Die Stadt Kiel, die als Segelhauptstadt durch ihre Segelregatta Kieler Woche bekannt ist, hat mit dem Aufstieg von Holstein Kiel nun auch im Fußball einen Grund zum Feiern. Dieser bemerkenswerte Aufstieg bringt nicht nur Aufregung und Ehre für die Stadt Kiel, sondern stärkt auch das Gemeinschaftsgefühl und die lokale Identität in Kiel und ganz Schleswig-Holstein. Daniel Günther, der amtierende Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, hat öffentlich seine Glückwünsche an das Team und seine Bewunderung für ihren Erfolg ausgedrückt. Ich freue mich außerordentlich für die Störche und ganz Schleswig-Holstein. Dieser Erfolg ist das Ergebnis von harter Arbeit, Talent und Teamgeist. Herzlichen Glückwunsch an Holstein Kiel zum Aufstieg, sagte Günther. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident ist bekannt für sein persönliches Interesse am Fußball und unterstützt bereitwillig den lokalen Sport. Dieser Erfolg von Holstein Kiel ist nicht plötzlich, sondern das Ergebnis langjähriger Anstrengungen und eines ausgereiften Entwicklungsprozesses. Sie haben in den letzten Jahren beständige Fortschritte erzielt und begeisterten ihre Anhänger mit einem beeindruckenden Spiel. Ihnen gelang sogar die Qualifikation für die Bundesliga, die höchste Spielklasse im deutschen Fußball. Dass sie diese Herausforderung so erfolgreich meistern konnten, wird ihnen definitiv Auftrieb für kommende Spiele und Saisons geben. Der unwiderstehliche Aufstieg von Kiel-Holstein ist ein beispielhaftes Vorbild für andere Teams und Sportvereine. Ihr Erfolg zeigt, dass auch kleinere Städte und Vereine in der Lage sind, auf nationaler Ebene Erfolge zu erzielen und ihre lokale Gemeinschaft stolz zu machen. Diese Leistung unterstreicht einmal mehr, dass Träume erreichbar sind, wenn man bereit ist, hart dafür zu arbeiten und wenn man an das glaubt, was man tut. Während der Feierlichkeiten zeigten die Fans ihre Begeisterung mit Gesängen und Fahnenschwenken und bewiesen damit einmal mehr die starke Unterstützung, die sie ihrem geliebten Team, dem Kiel-Holstein, zukommen lassen. Dieser Aufstieg hat die Stadt in eine Party-Stimmung versetzt und sowohl die Spieler und das Management als auch jeden einzelnen Fan unverkennbar stolz gemacht. Die Mannschaft, das Management und die Fans von Holstein Kiel sind bereit, die nächste Herausforderung in der Bundesliga zu meistern. Mit einem starken Teamgeist, engagierter Arbeit und der Unterstützung der umfangreichen Fanbasis von Holstein Kiel sind sie gewappnet, um auch in der kommenden Saison Großes zu erreichen. Herzlichen Glückwunsch an die Mannschaft, das Management und die Fans von Holstein Kiel für diese herausragende Leistung. Auf weitere erfolgreiche Jahre im Rampenlicht des deutschen Fußballs. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Aufstieg von Holstein Kiel im deutschen Fußball ein bemerkenswertes Ereignis ist, das diesen Verein, die Stadt Kiel und das gesamte Land Schleswig-Holstein ehrt. Ihre harte Arbeit und ihr Engagement haben sich ausgezahlt und bestätigen den Glauben an ihr Potenzial. Möge dieser Erfolg ein Beispiel für andere sein und weiterhin als Inspiration dienen. Quellen, offizielle Website des Kiel-Holstein-Fußballvereins. Nachrichten und Aktualisierungen von Daniel Günther, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Deutsche Fußballliga, DFL. Berichte und Aktualisierungen. Lokale Kieler Zeitungen und Online-Nachrichtenportale. Author. Anita Farke, Sonntag, 12. Mai 24.